Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen am Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Ein Glücksfall. Und es ist ein wahrer Glücksfall für mich, dass sie heute an meiner Seite ist, nämlich die Lida ist da. Hallo Lida. Bonjour. Lida, wir haben das große Glück, die große Ehre und die große Freude, den neuesten Film von Woody Allen zu besprechen. Woody Allen, wer kennt ihn nicht, der macht jetzt auch glaube ich seit der Erfindung des Kinos Filme. Er ist aber durchaus eine streitbare Persönlichkeit. Kurz um das abzuhandeln, kannst du uns kurz erklären, warum es einige Leute gibt. Dazu zählst glaube ich auch du, die Woody Allen äußerst kritisch sehen. Woody Allen ist halt ein pädophiler Perverser. Der hat seine Tochter missbraucht und das ist in meinen Augen unverzeihlich. Vielleicht, und oh ja, und dann auch noch super creepy, er hat seine Adoptivtochter geheiratet. Also, falls irgendjemand Zweifel daran hatte von an diesem Fall, dann ist das ja spätestens dadurch bewiesen. Und wirklich, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, lest die Statement des Opfers, lest die Statements ihres Bruders und lest euch durch, wie dieser Fall damals gelaufen ist vor Gericht. Der wurde nur abgebrochen, weil der Richter den Eindruck hatte, dass es für das damalige Opfer einfach zu belastend ist, diesen Prozess weiterzuführen. Also Woody Allen, sorry Leute, aber Kinderficker, die haben bei mir einfach verschissen. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt befangen wäre bei der Bewertung von Woody Allens Filmen, um die es hier geht. Ja, Woody Allen macht seit Mitte der 60er Jahre Filme, hat ja wirklich angefangen mit, ja, klarmaukigen Sachen. Zum Beispiel der Schläfer ist ein Evergreen, zumindest bei mir. Dann natürlich mit der Stadtneurotika hat er sogar einen Oscar gewonnen und hat, ich würde fast schon sagen, das war so sein Durchbruch. Und ich weiß noch, das war Anfang der 2000er, wo ich mich so ein bisschen näher mit seinem Schaffen als Regisseur beschäftigt habe. Und ich merkte so, boah, irgendwie, ich kann Woody Allen zwar noch sehen, aber irgendwie ist es halt echt immer das Gleiche. Und ich hätte mal ein bisschen Bock auf was Frisches. Und dann war es wirklich so, dass er 2005 Matchpoint gedreht hat mit Scarlett Johansson und Jonathan Rhys-Meyers, der damals sehr gut besprochen wurde und der mir auch damals ausgesprochen gut gefallen hat. Und das ist jetzt halt auch fast schon wieder 20 Jahre her. Und jetzt kochten ja wieder diese ganzen Skandale auf, weswegen er ja wirklich Probleme hatte, seine Filme zu finanzieren. Deswegen ist er dann nach Europa gegangen, die nehmen ihn immer noch mit Kusshand. Und so entstand dann in Frankreich ein Glücksfall. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ein Glücksfall ist so ein bisschen Matchpoint auf Französisch. Nur in Mies. Wie siehst du es? Nun, man könnte sagen, dass alle Woody Allen-Filme mehr oder weniger die gleichen sind. Zumindest seine späteren Werke. Und auch dieser Film hier fühlt sich durchaus austauschbar an. Sticht im Wesentlichen nur dadurch hervor, dass er komplett auf Französisch ist. Allen spricht auch ausgezeichnet und fließendes Französisch. Aber man merkt hier eindeutig, dass er kein Muttersprachler ist. Die Dialoge klingen einfach sehr gestelzt und ausformuliert auf eine Weise, die etwas sehr theatralisch oder, wie soll ich sagen, Romaneskes hat. Man hat niemals den Eindruck, dass Leute im Alltag miteinander so sprechen. Zugleich wird aus diesem theatralischen Element aber kein Stilmittel, dass man es überspitzte oder irgendwie anders in die Inszenierung einbaute. Sondern es soll einfach Realismus hier sein, obwohl die eigentliche Handlung mit dem Prinzip des Realismus ein wenig spielt. Denn es geht darum, wie viel Einfluss der Zufall auf das Leben der Protagonisten hat. Ja, ich finde aber, dass er daraus nicht viel macht. Also die Macht des Zufalls ist schon präsent. Gerade am Ende gibt es halt so ein Zufallsereignis, was ja alles so ein bisschen durcheinander bringt. Aber insgesamt, fand ich, war das halt einfach so ein Malen nach Zahlen. Also es geht darum, um Fanny und Jean, die sind halt zusammen, also ein Ehepaar. Und Fanny lernt dann irgendwie rein zufällig diesen, also ihren ehemaligen Klassenkameraden ist, glaube ich, trifft sie. Und sie verlieben sich und beginnen eine Affäre. Und ja gut, wer Matchpoint gesehen hat, weiß jetzt ungefähr, worauf das hinausläuft. Und das ist aber alles so bieder und so öde und so wirklich frei von jeglicher Varianz, dass ich wirklich da saß und dachte mir, ich meine das ernst, ja gut, aber wenigstens kann ich den Film wieder besprechen. Das wird aber garantiert unterhaltsamer, als jetzt diesen Film zu gucken. Also das war wirklich, ich meine gut, UDL ist auch schon weit über 80, aber das ist wirklich ein Film, da merkst du auch, dass der Regisseur weit über 80 Jahre alt ist. Das hätte ich nämlich genauer uns noch gesagt, wenn du es nicht selber schon vorweggenommen hättest. Der Film fühlt sich behäbig altbacken an. Er hat doch einen sehr altväterlichen Humor. Es raschelt geradezu, wenn der Staub aus den papierenden Seiten rinnt. Es ist in keiner Weise amüsant, es ist nicht flott gespielt. Obwohl der Film eben all das sein soll, quält er sich nur voran. Und das Ganze in einer Welt der oberen Mittelschicht, wo alle alles haben, wo es allen wunderbar geht und man einfach keinen Bock mehr hat, sich diese Nicht-Probleme anzuschauen. Gut, es geht dann teilweise auch um Auftragsmord und dergleichen konstruierte Dinge. Aber wenn man sich die alltägliche ökonomische Situation der Menschen ansieht, die sind alle mehr oder weniger gut aussehend, gesund und so begütert, dass es einem davon nur übel wird. Wobei ich sagen muss, wenn ich einen positiven Aspekt finde an dem Film, ich fand es irgendwie, warum auch immer, ganz amüsant, wie halt diese Verbrechen geplant werden. Wie die Verbrecher sich verhalten haben, weil sie zum einen halt wirklich, also vom Aussehen her genauso sind, wie wir sie aus zig anderen Filmen kennen. Aber so wie sie miteinander interagieren, das ist halt für die halt so, wie Handwerker, die zur Arbeit gehen. Das fand ich in Anführungszeichen noch ganz amüsant, hatte so leichte Wire-Vibes. Aber ja, das ist auch das Einzige, wo ich wirklich sagen kann, das fand ich gelungen. Ansonsten, ich bin halt ein Fan, das ist ja übertrieben, aber ich gucke mir gerne diese Valérie LeMarsier an, die hier auch mitspielt. Das ist die Mutter der Hauptfigur Fanny oder Fanny. Aber selbst die hat in diesem Film echt nicht viel zu tun, außer irgendwie durch ihre Brille zu gucken und halt durch Paris zu laufen. Allgemein, ich glaube, dass Coup de Chance, wie im Original heißt, letztlich auch nur wirklich geeignet ist für den Touristenverband Paris. Ansonsten sehe ich da nichts von Mehrwert in diesem Film. Und natürlich war der Film selbst bzw. seine Einbindung in die Sektion Special der letztjährigen Biennale oder genau genommen nicht Special, sondern der Film lief außer Konkurrenz. Woody Allen selbst war meines Wissens auch präsent dort. Es wurde mit Polizeieinsatz verhindert, dass er ordentlich ausgebucht wird und Protestschriften, die aufgrund seiner Präsenz und der indirekten, also Polanski konnte nicht präsent sein in Venedig, der wäre dann verhaftet worden. Aber dieser Präsenz von mehreren solchen Tätern in Venedig hat zu Protestschriften geführt, die da noch alle sauber weggeputzt wurden. Und ja, dieser sehr schlechte Film für mich in jeder Hinsicht nur Übelkeit erregend und auch überflüssig, gänzlich überflüssig. Ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich Woody Allens letzte Film Café Society und Wonder Wheel auch nie komplett gesehen. Die habe ich irgendwann immer ausgemacht, weil es einfach nichts brachte. Ich glaube, einen Glücksfall hätte ich auch ausgemacht, wenn ich ihn zu Hause geguckt hätte. Oder findest du, dass er sich jetzt irgendwie noch verschlechtert hat oder vielleicht sogar noch verbessert hat im Gegensatz zu seinen letzten zwei, drei Werken? Im Gegensatz zum letzten Werk, das war, glaube ich, Café Society, wenn ich jetzt hier reinfolge. Rifkins Festival gab es noch, den habe ich ja gar nicht gesehen. Also das ist wirklich, und daran sieht man aber auch, denke ich, dass diese Filme so austauschbar sind, dass man eigentlich den einen in der Hälfte durchschneiden könnte und dann das Ende vom anderen herantackern und niemand würde es merken. Auch, dass sich immer noch Leute finden, die mit Woody Allen zusammenarbeiten. Er hat ja ja schon jetzt eindeutig Schauspielende der zweiten und dritten Liga genommen, da die Stars sich ihm glücklicherweise immer mehr entziehen. Das war vor drei, vier Jahren ja noch anders. Da hatte er wesentlich prominentere Besetzungen. Nein, diesen Film braucht niemand, da bessert sich auch nichts mehr. Es ist der schlimmste für die Ellen-Filme in letzter Zeit. War wahrscheinlich der, so, wie hieß er jetzt? Jetzt habe ich es, der For Café Society. Irrational Man? Ach nee, den habe ich auch komplett vergessen. Das ist wirklich... A Rainy Day in New York gab es noch, glaube ich. Nächste Mal Wonder Wheel. Ja, und da sieht man, was für einen ungeheuren Output dieser Mann hat. Ja, der hört nicht auf. Der hört wirklich erst auf, wenn er am Grab liegt. Also Wonder Wheel war in so vieler Hinsicht unerträglich, auch von seiner Message her. Der hatte noch einen Subplot, das müssen wir hier gar nicht weiter ausbauen. Aber eine Botschaft, die er vermittelt hat, die gerade in Bezug auf Woody Ellens eigenen Hintergrund das Ganze noch mal schlimmer gemacht hat. Wie dem auch sei, guck de chance, da bekleckert er sich erneut nicht mit Ruhm. Und dieser Film ist für mich auch untrennbar verbunden mit einem sehr üblen Erlebnis in Venedig. Nämlich, als dieser Film dann seine erste Pressevorführung hatte, wurde noch, bevor eine Szene dieses Films gelaufen war, im gesamten Saal laut geklatscht, als Woody Ellens Name auf der Leinwand erschien. Und das war jetzt auch kein negativer Beifall oder kein rhythmisches Rausklatschen. Das war wirklich Begeisterung, noch von einigen Jubelrufen angespornt. Und wer so ein demonstratives Statement macht? Ich möchte nochmal betonen, dass es wirklich, bevor hier eine einzige Szene von diesem Film gelaufen ist, das ist also ein eindeutiges Statement für den Regisseur und nicht irgendwie eine Zuschauerschaft, die umgestimmt wurde durch ein vermeintliches Meisterwerk. Da fragt man sich wirklich, what's wrong with people? Ich denke, das sagt ganz viel darüber aus, welche Leute im Großen und Ganzen, natürlich ist das nicht ausnahmslos jeder im Saal, ich habe ja auch nicht geklatscht und da war irgendwie begeistert und saß da drin. Aber was für eine Demografie wir da auf diesem Festival haben, auch wo das Festival sich selbst verortet. Und wie, also wirklich wie gewissenlos oder wie, ich weiß ja, also ihr seht mir fehlen die Worte. Ich kann dazu wirklich nichts mehr sagen, wenn jemand für Pädophilie vor Gericht steht und man alle Gründe hat, diesen Menschen für schuldig zu halten, weil er seine Adoptivdokter missbraucht hat. Und man sagt, ich klatsche jetzt symbolisch, weil ich diesen Menschen so toll finde und das so toll finde, dass er hier immer noch eine gigantische öffentliche Bühne hat. Da frage ich mich einfach nur so, wer hat den Leuten in Zirn geschissen? Was ich mich halt frage, wenn wir jetzt wirklich nochmal auf die Qualität des Films gehen und ihn mal als Person wirklich mal außen vor lassen, kann mir halt keiner sagen, dass dieser Film eingeladen worden ist, weil er so gut ist. Das ist halt wirklich kein guter Film. Also der wurde halt eingeladen, weil es halt Woody Allen ist. Punkt. Genau. Wenn dieser Film nicht von Woody Allen gedreht worden wäre, sondern von Tom Smith oder von Tamara Miller oder was weiß ich, hätte nach dem Film kein Hahn gekräht, dann wäre dieser Film dort gelandet, wo er hingehört, nämlich ins Fernsehen. Weil das ist nicht mehr wie ein Fernsehfilm für ältere Damen und Herren, die danach noch eine Pfeife rauchen und sich im Kognakglas irgendwo hinsetzen, weil genau das ist dieses Publikum, was dieser Film bedienen möchte. Das ist einfach ein stinklangweiliger Film, der wirklich nichts bietet. Das ist, wie ich schon sagte, das ist für mich Matchpoint einfach noch, also ein langweilig. Matchpoint, den fand ich wirklich gut, aber ein Glücksfall, also selten war ein Titel so falsch gewählt wie für diesen Film. Und eine Frage hätte ich jetzt mal, weil du hast ja gerade schon den anderen großen Namen erwähnt, nämlich Roman Polanski. Und Roman Polanski, ich glaube, du hast The Palace auch durchgestanden, oder? Exakt. Okay, welcher Film ist schlimmer? Ein Glücksfall oder The Palace? The Palace. Gut, dann sind wir uns da einer Meinung, weil Palace geht zwei Stunden und ein Glücksfall ist eine 80-Milie vorbei. Ja, und da ist Glücksfall mehr sowas wie gepflegte Redundanz, gähnende, altbackende Langeweile. Aber The Palace hatte dann noch eine ganze Reihe von pseudopolitischen Aufreger-Szenen drin, die einem wesentlich übler aufgestoßen sind, wenn man jetzt rein auf der filmischen Ebene bleibt und die beiden Herren dahinter komplett ausblendet, als diese Hohlheit von Coup de Chances. Und auch die Pinguin-Sex-Szene in The Palace war mehr als traumatisch. Ja, wobei tatsächlich, ich hätte im Glücksfall irgendwie gehofft, dass da noch irgendwas kommt, was mich zumindest irgendwie aufregt oder so, oder irgendeine Reaktion verursacht. Aber das ist halt wirklich so ein, ja, Bildschirmschoner, um es mal so hart zu drücken. Also, wenn du, früher gab es ja diese Bildschirmschoner an PCs, die älteren erinnern uns. Und wenn es da eine Woody Allen-Variante gegeben hätte, dann, weiß ich, dann ist der Glücksfall, glaube ich, dabei rausgekommen. Also, es ist, wie gesagt, ich bin bei der Thematik bei Woody Allen nicht so richtig drin. Ich habe mir viele seiner älteren Sachen nicht angeguckt, aber nicht wegen der Vorwürfe, sondern einfach, weil sie an mir so vorbeigeschippert sind und weil sie mir auch mittlerweile vollkommen egal sind. Aber ich bin halt echt fassungslos, dass sowas auf dem Festival groß eingeladen wird, weil das kann mir keiner erzählen, dass es wegen der Qualität des Films ist. Nee, das ist halt wegen dem Namen. Und wenn man dann weiß, welcher Rattenschwanz dann auch hinten dran hängt, dann frage ich mich echt, was das sollte. Woody Allen hat meiner Meinung nach wirklich herausragend tolle Filme gedreht. Aber, glaub mir, ein Glücksfall ist ganz weit entfernt. Und auch nur einer der mittelmäßigen zu sein. Das ist wirklich einer der, wie ich finde, ganz, ganz schlechten, weil ganz, ganz egalen. Und das wäre jetzt schon mein Fazit. Und Lida, wenn du noch irgendwas anderes sagen willst als dein Fazit, tu es jetzt. Ansonsten kannst du jetzt gerne dein Fazit loswerden. Dann möchte ich gerne direkt zu meinem Fazit übergehen. Und ich stimme dir auch hier wie in vielen Dingen zu. Woody Allen hat in der Tat wirklich charmante Komödien gemacht, die schauspielerisch gut sind, die spritzige Dialoge haben, die eine Handlung haben, die unterhält, wenn sie auch in aller seltensten Fällen auch nur Ansätze von Tiefgründigkeit hat. Das kommt hier eher nicht vor. Aber es gibt durchaus viele gelungene Woody Allen-Filme. Das größte Problem seiner gesamten Karriere war schon immer die Tendenz zur Wiederholung. Er macht ja nahezu zwanghaft jedes Jahr einen Film. Und einen im Jahrzehnt hätte es auch gebracht. Ja, dieser hier ist definitiv einer der allerschwächsten auf schauspielerischer Ebene. Du und ich haben es euch bereits vorgekaut. Hier funktioniert nichts. Nicht die Handlung, nicht die Dialoge, nicht das Tempo, nicht die Witze. Der Glücksfall, das absolute Gegenteil von dem, was der Titel sagt. Wenn das Lesen eines Wikipedia-Artikels im Bereich Handlung spannender ist als der Film selbst, dann hat das nichts zu bedeuten. Damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch. Ihr kennt das schon. Webseite www.tele-Stammtisch.de Hinterlasst einen Kommentar, hinterlasst einen Like. Überall da, wo es Podcasts und Likes gibt, denn überall dort sind wir zu finden. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und Lieder, dir gebührt das letzte Wort. Au revoir. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.